Hallo ihr Lieben, so bis Sonntag, vielleicht nicht das wieder hochladen, schon letzter Tag heute, Kurt, großer Kurt im ganzen Jahr, 28% auf meine Kurse mit August 28, habt ihr vielleicht aber auch schon längst gehört und deswegen gehen wir mir schnell in die E-Mail über, ich weiß auch noch kurz hin, dass unser Paar-Podcast Dopamin wieder eine neue Folge online ist und ja, wir haben heute von einem Zuschauer, ja, das freundliche Thema, das Zoo macht wieder Theater hier, das freundliche Thema, ja, meine Ex ist irgendwie, weiß nicht, was sie will, hin und her, Trennung, nicht Trennung, ähm, ja, was kann man da machen, äh, hallo Christian, ich bin gerade bei Arbeit mit deinen Kursen zu Beginn, schon bei vorigen Trennungen, äh, hat Hemmschermeyer angeholfen, sehr lustige E-Mail übrigens, äh, ich hab in deinen Videos nicht zum Thema Ex liked meine Facebook-Bilder, nachdem sie Schluss gemacht hat, gefunden, dann hast du wahrscheinlich nicht meine 2847 Videos angeguckt, aber macht ja nichts, äh, es gibt viel amerikanisches dazu, also ich vermute mal, du meinst ein, ja, amerikanischen, äh, Social Media oder keine Ahnung, wo ich selten deutsche Verhältnisse entdecke, äh, nach, äh, drei Monaten, also, ja, die berühmte, berühmte 100-Tage-Grenze, ist echt irre, wie das funktioniert, ne, ähm, wer das Video nicht kennt, die 300-, ne, die 100- und die 200-Tage-Grenze, ähm, aber, glaub ich, sogar mehrere Videos zugemacht, ähm, nach seinen Worten war es heiterem Himmelsschluss, ist ja oft der Moment, wo auch, wenn, also man, die meisten Beziehungen gehen nach drei bis sechs Monaten kaputt, beziehungsweise wenn man es so auch Beziehungen nennt, ähm, ja, weil es einfach nicht kompatibel oder Ex wieder auftaucht oder Bindungsangst wieder reinkickt oder was auch immer, äh, Freitag sollte ich noch den Eltern vorgestellt werden, äh, Sonntag war Schluss, ich bin nicht damit hingekommen, weil ich mein Auto reparieren musste, ja, das reicht ja manchmal schon, ne, also, keine Ahnung, ob sie das angetriggert hat, aber was willst du machen, ne, ich bekam eine mit Standardsätzen gespickte WhatsApp, also, das heißt auf jeden Fall, dass jemand, entweder ist er nicht verliebt genug, äh, oder er ist einfach, äh, weiß ich nicht, macht aus Kleinigkeiten ein riesen Problem, warum auch immer, äh, sehr impulsiv, auf jeden Fall alles, äh, für viele Männer sehr interessant, muss ich auch ganz klar sagen, ne, wenn Frauen so, es wirkt häufig feminin, polar, dieses, äh, also auch wenn man ins Namen auf den Geist geht, äh, das macht manchmal Probleme, also, Männer wie auch Frauen oder wer auch immer, die haben halt alle so ihr eigenes Problemset, warum sie an Schippenpersonen hängen, so. Ja, nach, äh, zwei Wochen Funkstelle bin ich, äh, zu ihren Eltern gefahren, weil eine versprochene Mithilfe ausstand. Ich fuhr die 738 Kilometer und bot dort meine Arbeit an. Hm, okay, aber man ging dort gut mit mir um und bedauerte das Ende ehrlich. Dann riebst mich aufgeregt an und fragt, was ich da denn tun würde. Ja, könnte natürlich komisch rüberkommen, beziehungsweise wenn ihr meint, ihr bekommt über die Eltern jetzt, Partnerin zurück. Vielleicht auch nicht so die beste, äh, Art, aber das wird sich jetzt, glaub ich, im nächsten Satz aufklären hier, ähm. Äh, ich sag dir weizgemäß, dass ich, äh, der Vater und ich sind, äh, ja, wir haben den gleichen Beruf, nur mein Wort halten wollte. Jetzt, jetzt, ach, es gibt noch Leute, die im Wort halten, ich drehe durch. Das Einhorn, Wahnsinn. Alte Schule hier, obwohl du, das klingt sehr nach einer, hier und da noch nicht so alt ist, äh, find ich toll, ja. Vielleicht gab's auch den Hintergedanken, doch noch, äh, wieder, aber ist ja jetzt auch nicht schlimm, doch noch wieder Kontakt zu Freundinnen aufzunehmen. Warum auch, ist ja auch egal. Ähm, so, ich wollte ja natürlich herausfinden, ob da was bei ihr, den Eltern los war, was zum Ende der Beziehung führte. Ja, so, kann man ja auch alles machen, solange man sich dessen bewusst ist. Es gab schon ein Treffen, das sie wollte. Leute, ich mach ja nicht viel zu Ex, äh, zurück aus Gründen, die ihr ja kennt, ähm, aber ich hab ein Video gemacht, ähm, sieben Schritte oder so ähnlich, um seinen Ex zurückzubekommen, findet ihr auch auf meinem Kanal, ähm, und da ist auch der Ablauf ausgelegt, also mehr ist dazu eigentlich auch nichts zu sagen. Und, äh, ja, also wenn deine Ex dich abgeschossen hat und sie will dich zurückhaben, dann muss sie die ganze Arbeit machen erstmal, ne. Das ist halt so, ne. Und, ähm, das heißt, ähm, sozusagen sie muss zu dir kommen, sie muss das sagen, okay, ich möchte dich daten und so weiter und so fort, weil das ist jetzt keine, keine Gemeinheit, sondern das ist einfach derjenige, der Schluss gemacht hat, egal ob jetzt Mann oder Frau, ja, der muss halt erstmal seine Attraction wieder aufbauen und das klappt häufig besser, wenn der auch dann die Arbeit tun muss, so, ne. Und da kann man ja auch sehen, ob es auch ernst gemeint ist und so weiter. Deswegen, ja, äh, könnt ihr euch treffen, wenn es dann klar ist, dass es ein Date ist und dann geht das Ganze wieder von vorne los, Hangout, herfahren, Hookup, ne. So einfach ist es, ne. Ähm, dann machst du wieder ein Date und, ähm, und dann fängt man, aber man muss, fängt quasi wieder von vorne an, ne, nach einer Trennung, ne. Und trotzdem sollst du dann überlegen, ob du diese Partner natürlich haben willst, ne, wenn die so sprunghaft ist, ähm. So, äh, sie sah mich total verliebt an und nutzte bewundernde Worte, zahlte die Rechnung und sagte, sie habe Probleme und ich sah einen Rebound-Partner gewesen. Sie haben inzwischenzeitig die Trennung aber bereut. Ja, mein Gott, sowas, äh, passiert, das können wir natürlich jetzt, also Rebound meint, so Prost, Trostpartner, das heißt halt so kurz, ähm, davor war sie in einer anderen Beziehung und, äh, wie das ja immer oft so, dann taucht der Ex wieder auf und bla 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 und, äh, ich vermute mal, der ist wieder aufgetaucht und dann ist so kurz abgeschossen worden und dann ist es irgendwie ja nicht weitergegangen und jetzt bist du wieder auf dem Trapez. Ich will jetzt trotzdem, sowas passiert halt, vor allen Dingen, ich vermute mal, ihr seid auch ein bisschen jünger. Ja, also es ist jetzt nicht in der idealen Welt, wird das anders laufen, aber gut, das ist natürlich, häufig ist es so, ne, ähm, aber immerhin, sie macht jetzt die Arbeit, das ist ja, was ich gesagt hab, so, ne, heißt das nicht, dass sie jetzt jedes Mal die Rechnung bezahlen, so, überhaupt nicht, aber man sieht jetzt hier, dass sie sich bemüht, so, ne. Äh, ich gab ihr ihre Sachen ordentlich und sauer verpackt zurück und sagte, dass eine Freundschaft nicht in Frage käme. Ich, äh, vermute mal, da fehlt jetzt ein bisschen Text, also, weil wenn sie jetzt sagen würde, hey, wie daten wir da, ähm, dann ist ja alles gut, aber ansonsten, ich vermute mal, folgst schon mein Material, wenn sie jetzt gesagt hat, äh, ja, ich will dich weiter treffen, aber auf Freundschaftsbasis, während ich meinen Ex durchnehme, Tag und Nacht, äh, da sagst du natürlich, nee, hab ich keinen Bock drauf, ne, entweder wir daten hier ordentlich, äh, wieder und arbeiten in unserer Beziehung oder ich bin raus, ne, wenn das genau das ist, was du hier machen sollst, ne, weil ihr seid nicht befreundet, ne, so, du willst ja was anderes von ihr. Wenn man dann in der Beziehung ist und dann auch noch irgendwann befreundet ist, das ist ja alles gut, aber das ist ja nicht der Fall, ne. Also deswegen hast du wahrscheinlich ihre Sachen zurückgegeben, äh, und sagte, dass eine Freundschaft in Frage käme und sie schläpte den Karton heulend über dem Parkplatz zu ihrem Auto. Ja, also das ist für Frauen manchmal, äh, ungewohnt, wenn ein Mann sich nicht friendzone lässt, äh, vielleicht knackt das jetzt an ihrem Ego, weil sie wird vielleicht den, den Ex haben und auch dich zum, weiß ich nicht, wo sie sich ausholen kann, wenn es mit dem Ex nicht läuft, also ich fantasiere jetzt mal so frei rein, weiß nicht, ob es jetzt so war, aber da sagst du natürlich, nee, hab ich keinen Bock drauf und ja, das ist, das kratzt manchmal am Ego, aber fair enough, das ist ein gutes Recht, ne, sie darf dich, äh, abschießen und du darfst natürlich, wenn sie jetzt sagt, ich will Freundschaft haben, was natürlich, äh, ich meine, das ist ja echt unrealistisch, ja, also, kannst du das ablehnen, ne, gleich ist reicht für alle, ne, mehr ist dazu nicht zu sagen, ne, und wenn sie das nicht gut findet, findet sie es halt nicht gut, ja, ist halt so. Äh, aber ich riege ihre Mutter an mit der Bitte, sich bei ihr zu melden, damit sie gut nach Hause gehen. Ja, alles gut. Jetzt liked sie meine Facebook-Wilder. Dass ihr noch Facebook habt, da freuen wir natürlich euch, also dieser, äh, ich kann nochmal leider nicht sehen, wie alt ihr seid, könnt ihr auch da können wir zuschreiben, also ist ja sehr schmissig geschrieben hier, aber ich dachte, dass ja nur noch meine Generation so auf Facebook ist, aber okay, keine Ahnung, wie alt ihr jetzt, aber jetzt mit Mutter und Vater, ach, ich weiß es nicht, ist auch wurscht. Jetzt liked sie meine Facebook-Bilder. Äh, wie soll ich das bewerten? Ja, gar nicht. Also, wie gesagt, sie muss die ganze Arbeit machen, das heißt jetzt genau, das ist natürlich, was viele Echsen so machen, weil sie, äh, den Kontakt noch mitnehmen wollen, ohne sich zu committen, dass du immer wieder in Kontakt reingezogen wirst, ne, über Liken, über, ich hab noch was von dir, äh, keine Ahnung, wir haben doch noch gemeinsam, äh, Kanarien-Vogel-Züchtung, was machen wir jetzt, äh, oder, ich hab eine Krankheit, kannst dich mal melden, äh, whatever, so, ne, und das ist natürlich das, das Billigste, irgendwie Facebook zu liken, aber ich würde da gar nicht drauf reagieren, wenn ich das nervt, dann block sie irgendwie. Und ansonsten kannst du ja, steht dir ja frei zu sagen, wenn du was willst, äh, ich will dich wieder daten, ne, kannst dich ja melden, also, das ist auch alles in dem Video beschrieben, wenn sie sich meldet, aber das ist kein Melden, ne, auf Facebook, aber wenn sie sich melden, dann sagst du, ja, ist klar, lass uns ein Date haben und, äh, dann geht's wieder los, Date eins, ne, Hangout, Helfahrung ab und wenn sie dich nur freundschaftlich, was auch immer das heißen soll, treffen soll, dann sagst du eben wieder, nee, mach ich nicht, ich hab keine Lust zu, ne, entweder wir daten oder wir lassen es, äh, ist das Polarste, was du machen kannst und das auch, wenn man jemanden zurückhaben will, äh, das Beste, was du tun kannst, ne, indifferent, polar, kraftvoll, mehr kann man nicht machen, ne. Wie soll ich das bewerten? Sie ist, äh, ja, in so einem, ähm, Care-Beruf, sag ich mal, äh, vielleicht hat sie zu viel Brennnesseltee getrunken und möchte nur als guter Mensch aus der Beziehung gehen, ne, 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 das ist so, ich, also sie kommt mir ja sehr sprunghaft vor und denke, sie weiß auch nicht genau, was sie will, ne, sie ist so hin und hergezogen, äh, vielleicht zwischen dem Ex und dir, also dem Ex-Ex und dem Ex und dann mal liked sie die Bilder vom Ex-Ex und guckt, wie es da läuft oder, äh, vielleicht gibt's noch jemanden anders und dann klappt's aber nicht, dann vielleicht überlegst du auch, äh, der ist ja doch ganz cool, der ist ja cool gemanagt hier, die Trennung und, äh, ist ja doch irgendwie ein ganz polarer Typ und, äh, ach, lage ich mal die Fotos, aber da spielt alles keine Rolle, solange es nicht, ja, sie nicht sagt, ey, ich will dich wieder daten, ist komplett uninteressant, ne, würde ich mich umdrehen und leben, weiterleben, ne, also bist du schon, ähm, auf dem richtigen Pfad, aber, ne, also ich will das jetzt auch eher nicht so ankreiden, sie ist halt so und, äh, sie weiß offensichtlich einfach nicht, was sie will, so, aber das macht natürlich keinen stabilen Partner, ne, so, also, und diese Sprunghafte, aber wie ich schon gesagt habe, da stehen viele Männer drauf, ne, und das macht's manchmal, das ist oft der Einstieg für Männer in, ähm, ja, Toxi-Toxi-Kram, ne. Ähm, gut, ich hab dazu nichts bei dir gefunden, ja, mach mal meine Kurse, ich denke, dann, ähm, wird's dir schon alles klärt, in diesem Sinne, macht die folgenden Kurse, nutzt den Code, solange er noch da ist, äh, Sonntagabend 24 Uhr und wir sehen uns bald wieder, nutzt auch gern die neue iPhone und Android-App, äh, könnt mir auch gern Bewertungen dazu da lassen und ist nur dafür da, die Kurse zu machen und es können auch die Kurse nicht gekauft werden, darüber, das müsst ihr weiter bei die Homepage, also die Webseite machen, libyschip.de, ähm, kann sein, dass das irgendwann kommt, aber das ist halt, ähm, also digitale Produkte über Apps zu kaufen, ist halt, äh, für den Anbieter sehr teuer, weil Apple da 30 Prozent abzieht, ich wüsste da jetzt nicht, momentan nicht, wie man das, äh, umgehen kann, deswegen, ähm, haben mich auch Leute gefragt, also App-Store sind, ähm, Google-Play-Store sind es, glaube ich, ein bisschen weniger, weiß ich nicht, 25 Prozent oder so, aber das ist immer das Problem, wenn du digitale Produkte vertreibst, äh, das ist immer ein bisschen schwierig, das ist immer so ein bisschen der Haken mit, äh, iPhone und Android-Apps, aber vielleicht findet sich da noch irgendwie eine Lösung, auf jeden Fall wird diese App, äh, weiter ausgebaut werden, also macht sie auf jeden Fall Sinn, sie, äh, runterzuholen, es soll da viele neue Funktionalitäten geben und jetzt aber endgültig, ciao ihr Lieben.